Ich glaube die Vielfalt ist wichtig, dass wir unsere Nischen finden, in diesem Nischenhobby generell und dann einfach schauen, wer spielt lieber, wer baut das Gelände und wer fährt gerne auf Furniere. Und ich glaube diese Vielfalt, dass wir alle zusammenfinden, das ist das, was das Hobby ausmacht. Es macht ultra Spaß, seine doch stundenlang bemalten Miniaturen mal auf dem Tisch zu sehen. Ich glaube wir sind ziemlich einzigartig. In der Sportvereinslandschaft gibt es nicht so viele Strategiespiel- und Tabletop-Clubs und dass wir das bei uns im Sportverein installieren konnten, ist glaube ich einfach schon eine Einzigartigkeit an sich. Ich glaube das ist wichtig, dass wir das bei uns im Sportverein Die Havebring.